Ich glaube nicht daran, dass die Rattenzüchterin die Mörderin ist. Aber warum hat sie sich das Leben genau... Sie war so eine faszinierende Frau. Du weißt, dass mehr hinter dem Verbrechen steckt. Denn du bist anders als die anderen. Worüber hat sie sich so erbittert mit ihrer Schwester gestatten? Es muss was mit der Kindheit der beiden zu tun haben. Hier in diesem Dorf sind sie aufgewachsen. Du weißt, die Wahrheit ist gefährlich. Denn du bist besser als die anderen. Ein paar alte Frauen leben hier. Die Männer haben mysteriösen Beständen verschuldet. Sie sind alle fort. Du weißt, der Tod haftet an dir. Denn du bist in seinem Revier. Der Tod Untertitelung des ZDF für funk, 2017